Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 4. Hier in diesem Fall. Yosuke! Try holding these! Huh? I see. Yeah! You do look like that when you're fighting. Try summoning your Persona while you're holding those. Alright. Persona! Wait, I can't summon it here! I'll choose this then. Look, look! Isn't this like my fam? I think she's convinced we're playing for a dinner party at the inn. Come on, we need stuff like guitars instead of little backup instruments like these. Hey, I'll play the guitar. Why don't you take the bass? I can at least teach you a little bit. Wait, you already know how to play the bass? Because that would be awesome! Actually, I know next to nothing about it. Way to step up, partner! Well then, since you two and Naotsukun have decided what to play, let's put kanji on drums. Hey, why don't I get to pick? If you're up front, it'll look like a metal band. I think you'd be good at the drums. You're always hitting and stomping on things after all. How does that make any sense? Then I will take over all the charming percussion accoutrement! Hey, baby, I'll lay down the passionate beats that flow from my soul. Uh, so that leads Yukiko and me? You two. Um, how about the chorus? There is a part for that. Singing? N-n-no can do! We'll hold something. Let's see, what looks easy? Oh, doesn't this at least look like a band? Yeah, I don't think it looks bad at all. It's not doing anything. Is this thing broken? I'm blowing, but the air goes right through. That's how it is for everyone when they start out. Anyway, we don't have much time, so let's start practicing. What's with all the tadpoles on this paper? Oh yeah, I don't know how to read music. I guess I'm gonna have to transfer schools after all. Oh, welcome home, big bro! Once more from the top! One, two, three, four! Once more from the top! Oh. Oh. That wasn't me! You think? That wasn't me either. I mean, I can't get any sound at all out of this. A hip and young audience yearns for the element of surprise in music as well. A bizarre sound suddenly rings out. An overturning of the expected clichés found in today's sound. You get it? Oh, I get it. That means Teddy did it, doesn't it? Huh? That reaction overturned my expectations. Why don't we take a break? We've been at this since morning. Good idea. My fingers are all stiff. Nice follow-up now, Chan. I think I'm falling for you. Let's just ignore this bear. Are we really going to manage this? I'm starting to get the feeling that it's impossible, no matter what we do. There's just not enough time. Betretenes Schweigen. Sensei! I... I want to play in a band! And... If it's over, then it's over for Yosuke, too. That means it's over for me! And... I can't bear to face that! I don't want to know that you're only doing this because you're selfish. But you've got a point. If we give up, it all ends there. That's right. Everything would have been for nothing if we give up now. Real Brawl doesn't begin until you got your back to a wall. Uh, we're not talking about a brawl here. I'll do it, too. It's not just about Yosuke now. I'll simply feel angry at myself if I give up. Don't worry, Yosuke-senpai. I agreed to do this, so I'll do it. I didn't say anything pathetic like, I'll do what I can. I'm going to get a huge crowd, no matter what. And they will go home satisfied. Please, I just need your help to do it. Wow. Now that's how a pro delivers a team-boosting speech. Well then, should we resume our practice? All right, let's do this! I did it! I did it! So this isn't broken after all. Okay, let's try putting your music together and I'll sing along. Whoa, wait a sec. Can't we get a little more practice before we try doing that stuff? Playing for the real Reset. I mean, I'm off for that. Don't think of it like that. I'm seeing how hard you're trying and I don't want to just sit and watch you practice without me anymore. Here goes! One, two, three, four! You've got yourself behind a door deep inside your heart again. You wanna hide, you wanna come out going round and round. That...didn't that sound pretty good? That was actual music! Yeah, it felt good. It seems there's hope after all. The band has practiced hard and overcome many obstacles that dared face them. All they have to do is discard whatever remaining fear holds them back and a lifetime of public adoration awaits! Hell no! We've already been on a TV show. A midnight one. I was discarding my clothes more than I was discarding my fear. For me, it was like... discarding my public image anyway. Come on, everyone! Let's cheer up, okay? And you! You have a bunch of stuff lined up, but you're still only playing the tambourine! Hehehehe! Haven't you heard the phrase, a clever bear conceals his claws? I'm gonna play a special little bear-formance of my own and charm all the girls! That saying's about a hawk, not a bear. Don't even think about it. We don't have the skills to ad-lib. Do you understand me? We're doing this exactly like we practiced! Got it? What? If you don't, then I'll make sure you pay for all the topsicles you've eaten during breaks at work. Just like we practiced! Got it? Well, let's take it from the top! One more time! Keep up that energy that we had before! Allmählich tragen die Ansteigungen fürchte. Ich bin in der Nacht für das morgige Konzert. Willkommen zurück. Ich bin in der Nacht. Geil. Entschuldigung. Ich bin in der Nacht und 내려ge. Tschüss, darauf. Das war's. Ich bin in der Nacht, Ich bin in der Nacht. Ich bin in der Nacht. Ich bin dabei. Ich bin in der Nacht. Ich bin in der Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aren't you used to this? You haven't said a word, though. The last time I played for a crowd was a piano recital when I was young. Doing an interview on TV is much easier. Even if I make a mistake, I'm the only one who gets embarrassed by it. You're saying doing interviews is easy? That's crazy, too. Oh, I can't take this much longer. Don't you get nervous, too? Yeah, I hear that. Mine, too. But there's no time for that right now. Yosuke, are you gonna have another accident? Like, a total leakage? What do you mean by another? Just shut up! Huh? Did someone just... Everyone, can you gather around for a second? Yeah, got it. Your hearts are all racing, right? So is mine. But that's the power behind a live performance. Don't think about doing everything exactly right. The crowd's here to have fun, so we need to have fun first. Rise-chan! When I say, who's ready, you say, we are, okay? Be thankful for your fans, your friends, and yourself. This is a full-blown, one-time-only performance. Now who's ready? We are! Fired up and ready to go! Now listen up! We're sticking to how we practiced, okay? Alright! Let's do this! Here goes! Yeah! You've got yourself behind the door, deep inside your heart again. You want to hide, you want to come out, going round and round. Thinking hard about it, doesn't help you one bit. Say hello! Hello! You've got to say goodbye to those of life, yeah! Shout friends, just those words you really need. And let your voice be heard on all over the world. Stand up when you hear the louds on the door. Pity, come on out. Get ready for your true story. They're asking for an encore! Oh yeah, I didn't think about that. We only know one song! What do we do now? There are only two things we can do. Ignore them and leave, or play the same song over again. Maybe we can have Rise explain our situation and they'll go easy on us and let us replay that song. I saw that guy before. I'm getting fired up! Hey, Daddy? Ha! Yeah! Crowd surf! This is the best part of being a live performer! Stupid Teddy. We can't play without him. Hey, hey! Why don't we all dive into the crowd? They might just carry us out of here and we can escape this awkward situation. Stage dive? Hey, don't sound so excited! Actually, if all seven of us jump in, there'd be trouble. Then what are we gonna do? Do we have any other way out? If you want to do it that much, then just the guys do it! All right! I'll show you what it means to be a man! Hey, wait, you idiot! They just dodged out of the way. How? I didn't know, it was possible to stand on your own face! You and your friends are already by your Mitchell and so legends. It's been enough people to June's come, that the mission as a result can be considered. So, I'll show you what it means to be a man. You're back! Du beschließt zu lernen. Der Wiss hat sich erhöht. Der Lern für Experten, welcher ich gelesen habe, der ist effizienter. Guten Morgen, Yukun. Mann, war das echt anstrengend gestern. Das war mein erster Bühnenauftritt. Als Idol macht Resay sowas ständig, oder? So könnte ich echt nie leben. Und diese Woche stehen auch noch die Zwischenprüfungen an. Oje, wir sollten nach der Schule alle gemeinsam büffeln. Wir sitzen ja alle im selben Boot, oder? Wir sollten uns gegenseitig helfen. Ich brauche keine Hilfe. Ach ja, Einstein. Aber dann denkt doch wenigstens an uns, Dümmerich. Ich werde alles zusammenkommen, bitte. Ich will doch einfach nur Freizeit haben. Ey, ich muss immer noch Rank 10 mit Marie machen. Hallo. Soll ich jetzt bitte die zweite Seite des Handouts an? Das geht um Napoleon. Napoleon schritt viele Feldzüge und brauchte dafür etwas ganz Besonderes. Napoleon liest folgendes herstellen, Yukun. Würdest du bitte aufstehen? Was liest Napoleon erfinden? Das waren Glasgefäße. Du weißt, die richtige Antwort gegeben zu haben. Du weißt es, stimmt genau. Er liest Glasgefäße erfinden. Er hielt einen Wettbewerb für eine Methode zum Konservieren von Essen auf langen Feldzügen ab. Das Preisgeld war enorm. Nikolaus Arpert stellte seine Methode zum Konservieren von Essen 1804 vor und bahnte so den Weg für die Konservierung. Er ist ein häufiger Irrtum, doch Napoleon hatte mit der Erfindung von Konservendosen nichts zu tun. Die ersten Konservieren waren Gläser, Blech- oder Eisendosen wurden 1810 als Alternative zum schwereren Glas erfunden. Der Dosenöffner wurde allerdings erst 45 Jahre später erfunden. Vor der Erfindung des Dosenöffners öffneten Soldatendosen mit Bayonetten oder zerschlugen sie mit Stein. Also diese Prüfung beginnt Ende der Woche. Denk daran zu lernen, dass es richtig geantwortet ist. Schönes Foodcourt. Jeder ist hier. So viele Leute. Warum hat jeder hierhin? Exams-Studie-Gruppe. In Zeiten wie diese ich traurig bin, Teddy. Es scheint ein Traum, dass wir ein Live-Konzert hier nur gestern haben. Das war so viel Spaß. Ich glaube, dass die Leute so sehr erinnert. Aber genug von dem. Wir beginnen mit prüfen die Trigonometrische Identität. Oh, schnappst du direkt in die Math? Unsere ist die Sektion auf Trigg-Funktion, richtig? Die, wo wir den Bereich des Triangels, die zwei Seiten und... Huh? Du findest die Bereich des Triangels mit... Du weißt, das Ding. Um... Base-by-Hite-by-2. Wenn du nicht so interessiert, werde ich dir lernen? Oh, bist du so smart wie ich dachte? Was? Könntest du mir eine Hand, auch? Oh, um... Ich weiß nicht, woher zu beginnen mit dem Thema 2. Ah, was ist mit dem? Wuselig, nach allem. Nicht nennen mich Wuselig! Ich denke, ich habe herausgefunden, welche Knopf zu pushen, um nach Kuhn riled-up. Du bist ziemlich süß, wenn du wunderschön. Was? Was bist du? Das ist es! Ich versuchte! Das ist einfach nicht mein Ding. Die Hälfte mit den Examen! Es ist Zeit für meine Animal-Krackers. Oh, kann ich auch ein bisschen? Ich möchte den Penguen finden! Hands auf den Penguen! Das ist meine! Forget es, ich kann nicht denken. Teddy sagt, dass er nicht weiß, wer er ist. Das ist so weird. Mein Leben auf dieser Seite ist wirklich lustig. Aber die mehr ich so fühle, die mehr ich wissen, die ich wirklich bin. Ich habe die Netze, lege Manga, lege TV, ich habe sogar einen Ort, der die Library. Aber ich kann noch nichts finden. Mann, ich würde mich überraschieren, wenn du so. Ich habe noch nicht mehr, wie ich es nicht mehr so fühle. Ich habe noch eine Idee. Eine Idee? Oh, das ist nicht dein erstes Mal, zu erzählen, eine Theorie über dich? Ich habe in dem anderen Welt. Das Welt war meine Realität. Aber jetzt habe ich eine Gefühl, dass es von den Menschen auf dieser Seite ist. Und da, in dem Ort, 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 vielleicht ist es das Amnesia-Anschädenk, die ich überlegt, in einem Buch, das nächste Mal. Das stimmt. Es gibt einige Aspekte des anderen Welt, die es scheint, als ob es in den Menschen denken, in dem Erinnerungen ist. In der Gegend, es gibt keinen Punkt, in einen Prinzip von Logik und Deduktur, zu einem Ort, aber das Gefühl, dass Sie in einer Welt wie so eine Welt im Anfang hat, die Verzürenheit an deinen Theorie. Es gibt keine Angst, dass du ein specialer Mensch auf der anderen Seite bist. Wenn du selbst nichts über ihn wissen, vielleicht ist es wahr, dass ein Teil von deinem Erinnern ist missing. Sag mir, was ist die frühestige Erinnerung, die du in den Sinn kannst? Es ist ein paar Jahre alt. Ich habe immer dort gelebt, so wie ich konnte. Dann hat es angefangen, so als ich in die Sensei und Yosuke, habe ich sie gemacht, um es zu tun. Ich verstehe. Wenn du immer auf dieser Seite bist, wirst du keine Ahnung von Zeit oder Tagen haben. Oh, das stimmt! Nanako-chan ist komplett nicht schuldig über all das. Ich bin sorry, Nanako-chan. Wir haben nicht gesagt, dass du dich weg bist. Hey, ich glaube, Teddy muss sein König. Ich habe in einer Geschichte, dass ein König ist, dass ein König ist in der Küche, wegen der Schmerz des Schmerzes. Das ist nicht das, was dir passiert, Teddy? Ein König? Na, wenn du das so sagen willst, so gut ist es richtig. Teddy? Ein König? Ich kann ihn sehen, dass ich einen Käpte haben! Geh, Yukiko! Du gehst in die Lachen-Fits in fronte von jemanden, jetzt! Wir können nicht reden, dass Teddy ein König ist? Huh? Was ist mit diesem Gesicht? Teddy ist wirklich ein König. Es gab alle diese anderen Könige, auch. Und wir alle... Hey, er spricht über was im Club passiert. Halt, du bist nicht in fronte von Nanako-chan? Alle sind aufgestanden, um mit Nanako Getränke zu holen. Bin ich wirklich ein König? Teddy grinst lüstern. Ich habe dieses fuzzige Gefühl, dass ich später oder später mit deinem Hilfe finden werde, Sensei. Du spürst, Teddy, starkes Vertrauen. Der Social Link Teddy hat schon für sieben erreicht. Dein Mach-Persona-Sarcana-Sterns-Eurschaffen ist gewachsen. Der Schlosser von Teddy im Kampf wurde erhöht. Teddy hält jetzt im Kampf tödliche Treffer aus. Big Bro! Teddy! Ist Melon-Soda okay? Das war lustig, bei Tuners. Okay, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal weiter bei Persona 4. Und ciao!